hallo und herzlich willkommen zurück zu spiro der trache ist vielleicht danach kommt das bus level ja hier sie dann auf den easy kann mich erinnern das hinten rein aber wohl doch nicht so Nein Na gut, ich hätte es eigentlich fast vorgeschafft, hätte ich die Küsten mitgenommen Unlucky Alter, hätte ich die Küsten mitgenommen, ne? Oh Gott, das wäre halt ziemlich sweet gewesen Paul Peter очно ich weiß schon jetzt sehr viel zeit ich weiß und hinten muss jetzt noch einer kommen ich habe viele fehler gemacht viele viele fehler viele schlechte fehler die eigentlich nicht passieren hätten dürfen können müssen nein oh gott noch mal genau hoch dann nach denen und dann nach denen da wurde es abschlimm verpasst naja kann das dann sogar besser versuch oh gott ok ich habe platz zu viel auch noch der letzte nein 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 das war der letzte das lief so gut spagetti benutzen ich mag noch kein spagetti das lief so gut spagetti ach so viel spagetti haben wir noch das war halt echt scheiße dass das ist das es s und die so nein was gesagt ich habe platz für ein paar fehler kleine fehler aber nur so wie ich mache hier ist er beim letzten das kann doch gar nicht so schwer sein 16,8 sekunden das war doch easy doch ständig mich denn so an holy shit easy nicht speichern beziehungsweise speichern ja war kein neuer versuch die fiesta holy shit holy shirt it's nothing i like ab ins wascher und seit zum barmen ich wurde mich schon dass sie keine fehlt bisschen wir haben 10.000 holy shit nice so das war's post level weeeh begehen nur mit jakuts ins schädige gut dass ich die kamera nicht bewegt hat aber ich keine ahnung was bei zwei wegen ist halt ziemlich schwierig zu entscheiden man da jetzt ist dann geht und welcher zu einer sakrasse für mich nicht so welcher zum ausgang führt das war schlägt auch nach unten okay ein paar wenigen gegner sind nach unten geschlagen okay spin tot klick 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 wenn Wisse ist das? Und die Mann, die haben Pumpea. Notamame, he's got Frisbee Oh Gott, ich werde... Oh mein Gott Green Dead Reaktionslos Einfach Das war eigentlich nicht passiert Come on Einfach Einfach Das ist ein Gutes Das war Das ist ein Einfach Einer Das ist ein Das ist ein Wunder Es ist ein Das ist ein Es ist ein so ich weiß ja unika ich weiß ein politiker kann bringen alter also gerne so nein du hinsohn wie gab ich das nicht schnell gehört ich habe zwei o3 ein neun 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 bin ich da bin ich als ob man schlangen darf man her okay um um weiter ich muss jetzt irgendwie da rüberkommen trotz das klappt hat er schon fast nur noch und warum muss ich fahre pissen das ergibt keinen sinn muss auf einmal pissen und zwar kein spaß zu wissen dass man nicht sogar 20 min lang nicht auf klo kann die kaktik It's my smile. Und die Meer ist noch drin. Gravello! hast du einen tipp für diesen kampf ein weißer drache hat mir mal geraten im leben hoch zu zielen und mich vor fliegenden kisten in acht zu nehmen das sehe ich nicht au ach das man im fliegenden kisten das nicht angriff so dass was war das ok irgendwas passiert und ich weiß nicht was und wie und wo aber naja hauptsache ist passiert da wir uns bei gleichzeitig getroffen mit unterschied dass ich überlebt habe alter gebrauch und spaß sein kann das nicht wahr steiner sein kann auch nicht wahr stein ich habe ihn getötet ok wird irgendwo noch schüsse mal gerade hängen geblieben irgendwo einfach den schluss übersehen konnte eine schüsse sein vielleicht da oben ja oh mein gott ich bin auch zu sehen auf die falsche taste gekommen das moment wenn du die klammer drehen willst aber dann noch eine rolle gemacht hast das moment wenn du stirbst ja denn den boss normal noch muss hallo danke öffne die kürste das war ja alles kommt schon jawohl ach doch ohne jetzt macht aber jetzt weißt du nicht dumm ist so habe ich ja das ist auch okay ist auch okay ich wollte es war aber was ist okay ich bin ja mann viele schätze gefunden aber sie dich für spyro nests wert ist keine sehr nette ort zu nächstes das dauert jetzt die längste welt die letzte oberwärts die schwerste und längste oberwärts wir können hier nicht alles gehen bis wir die neue feuer gemacht haben längst lang wie man pimmelt warte mal und bei theoretisch ist schon lange ich meine ich muss halt die level vorher machen würde ich mit dir reden danke der bin habe ich dich nicht schon befreit du bist jetzt in der stelle und du bist der drache der ihn besiegen muss auf geht's ich bin bereit finde den ausgang in allen nach die ländern dann kannst du den selbst herausfordern einfach schon an der tell blüme frei beweisen noches kauf das erste welt das erste welt das sieht so scheiße aus dass wir 75 zwischen Und sonst macht's nicht kapett. Versteht ihr? Nein! Mein Gott, bin ich dumm. Was macht die Mauer so rum? Tschüss! Gaben! Ich stehe auf die Potsche! Gaben! Ich habe noch eine Wannege. Oh Gott! Ich stehe jetzt hier mal bald! Äh, 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 äh! Äh, äh! Oh lol! Okay, mach ich ihn wieder! Aber das mach ich! Äh, 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 äh! Oh, hey! Hääh, äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Oh! 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 und das geht's ich nicht auch wenn er schon ein paar sprüche auflage hat er ist nicht so freundlich aussieht der beißt also mädels ist doch kein bad train nein kaputt gemacht jorge und da jetzt hat er ach wunderschön da die triple kleinlich theoretisch praktisch nicht ein sparkly man 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 no scope bitch eh oh jetzt lang neun geht es da lang ich dort streift bei und hin zu gucken und dann nein ich will nicht so tut man leute absolut die flor ist ja da wollen ja in die kiste dass man einfach gegen auf kann aber man kann nicht gegen team team ist laufen explodieren die in stand wenn man gegen die rennt ah double kill 3 2 1 los ab ab und style 3 2 1 los ab und style also viele leben gibt man hier wenn er obwohl ich so viele leben gibt es halt nicht gerade viel haben naja mit seiner eigenen waffe töten aber ins gesicht jorge macht spaß leute nicht nur töten sondern mit ihren eigenen waffen töten ja und so schießt so ein niedrigen thomas ich hätte nicht gedacht dass mich jemand retten würde vor allem nicht so ein kleiner drache ich meine ich habe immer an dich geglaubt das glaube ich gern im englischen sagt ja gar der belief was man spielung ist ein paar aber auch im plätschischen ein spiel rhythmus spiel oder zu vor jedem level egal belief schreit das heißt auch noch in dem gespruch halt echt verkackt hier er so cool sein könnten deutschland das war verkacken und er noch so lachen so so nie hat mich gefallen wenn du wunderschöne anspielungen gewesen nein deaf ja 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 na ja na Oh mein Gott, bin ich sick. Holy shit, ich hab so perfekt getimed, dass sogar noch die Kirste kaputt gegangen ist. Komm her. Hm, dein Name. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Singustreia. Tot, 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 tot. Ja, ich bin tot, ja. Ziemlich tot. und ich glaube ich habe außersehen den richtigen weg genommen das war das lieblich wenn man außersehen den richtigen weg nimmt normalerweise geht man außersehen immer den falschen weg aber ich gehe außersehen im richtigen weg aber ich gehe nicht du musst heute auf die mainstream art und weise töten aber oh gott den scheiß das war schlecht und haben wir 100% des ersten levels geschafft wow Yah Du 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 I believe I can die I believe I can fuck this guy Oh craff 2 leid haben aber aber schutz sagen das machen wir noch nächste folge ist dann und ihr kennt die wird denn dann wichtig spiel speichern ciao